Hallo, willkommen bei uns im Artundo Kanal und der Brat-Tee in der Bali Edition ist erschienen, als Limited Edition. Ist ein Eistee, Waldfrucht mit Vanillegeschmack, kannte ich jetzt bisher noch nicht, oder Meerfrucht, Entschuldigung, Meerfrucht mit Vanillegeschmack. Hinten dann drauf ist Kapi, das hatten wir euch auch bei uns auf Produktneuheiten bei Instagram schon gezeigt, das Bild. Und für alle, die sich für Nährwerte und sonstiges interessieren, hier mal so ein bisschen die Zutaten. Hat wahrscheinlich jeder schon mittlerweile, gibt schon viele Videos auf YouTube über den Tee, deswegen trotzdem probieren wir mal und zeigen euch, wie er aussieht. Mal schauen, riecht interessant. Ja, ist jetzt nicht ganz so der Hype, Brunner glaube ich, aber so viel kann man sagen. Wirklich interessantes Produkt, muss einem geschmecken. Vielleicht ist nicht ganz so unser Geschmack. Ab sofort im Handel, im Atundo-Shop und ja, ich glaube sogar bei Kaufland diese Woche im Angebot. Also von daher sicherlich interessant.